Bist du ein typischer Steinbock? Dann kennst du den Wert von harter Arbeit und Beständigkeit. Oft gelten Steinböcke als reife Seelen, die Verantwortung nicht scheuen. Ihr eiserner Wille hilft ihnen, die höchsten Gipfel zu erreichen, während ihre praktische Art sie geerdet hält. Auch wenn sie manchmal als zurückhaltend gelten, haben sie eine tiefe Loyalität und Fürsorglichkeit für diejenigen, die ihnen nahestehen. Ambitioniert bis ins Mark streben Steinböcke stets danach, das Beste aus jeder Situation zu machen.